Ich denke, Fernsehen ist schon durchaus noch sinnvoll, also auch in Zukunft für alle Schichten. Für mich persönlich unsinnig, weil mein Leben sich immer mehr ins Internet verlagert. Fernsehen ist ein wichtiges Medium, was oft benutzt wird heutzutage und ich denke nicht, dass es in Zukunft weniger benutzt wird. Ich denke ehrlich gesagt, dass es nur die älteren Generationen noch sind, die das so machen. Meiner Meinung nach, dass ich langsam wüsste, dass es Unsinn ist. Wenn du so ein Smartphone hättest, dann braucht man tatsächlich keine im Fernsehen. Die Leute glaubten nicht auf das Internet und dann war es so großartig. Ich weiß nicht, was mit der TV passieren wird, aber ich denke, dass es irgendwie verändert wird. Also ich denke mal, das ist ein alter Klassiker und der wird bestimmt noch ein, zwei hundert Jahre bleiben so. Doch Sinn macht das auf alle Fälle. Ich denke nicht, dass es ganz verdrängt wird, glaube ich nicht. Aber ich denke mal, irgendwann wird es sich abheben und dann wird das Internet nur noch kommen. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020